Heute geht es um Prinzessin Diana, die jetzt vor 25 Jahren auf tragische Art und Weise verstorben ist. Ein Unfalltod oder vielleicht doch eine True-Crime-Story wie in einem Hollywood-Film. Da scheiden sich die Geister. Ihr könnt gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das damals vernommen habt und was ihr für möglich haltet. Ich möchte es trotzdem hier bei True-Crime berichten, weil es durchaus, ja, Fragezeichen gibt bei diesem Fall. Ich möchte als Intro aber auch ganz klar sagen, dass mich damals der Tod von Diana sehr geschockt hat als Kind und ich auch die Beerdigung, ja, sehr traurig wahrgenommen habe und ich mich noch sehr gut daran erinnern kann. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe vom Tod erfahren, als ich bei einem Kumpel war zu Besuch und der Vater gesagt hat, ja, Diana ist verstorben. Und wir waren beide sehr geschockt als Kinder und auch der Vater war geschockt, weil, ja, man damals natürlich nicht damit gerechnet hatte. Sie war 36 Jahre erst alt, hatte ihre anscheinend Beziehung mit Dodi Al-Fayette und war glücklich, war in den Medien gerade auch sehr Thema. Die Boulevardpresse hat sich natürlich drauf gestürzt. Das war bestimmt auch dem Königshaus nicht unbedingt, ja, ein Fest zu der Zeit. Allerdings muss man auch sagen, dass Diana gerade in Deutschland sehr, sehr beliebt war aufgrund ihrer, ja, ganzen wohltätigen Aktion. Sie wurde als sehr liebe Frau immer wahrgenommen und ich muss auch sagen, ich war sehr geschockt, dass diese, ja, eigentlich liebe Frau, die ich durchs Fernsehen ja nur kannte, dann so tragisch ums Leben kam und das kann ich mich noch erinnern, war dann für mich Ende August, ja, genau am 31. August, denn am frühen Morgen war das, glaube ich, für uns alle ein Schock. Und ich glaube, ich hatte sogar noch große Ferien zu dem Zeitpunkt. Ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, auf jeden Fall habe ich bei meinem Kumpel anscheinend übernachtet und das dort erfahren und wie war die Situation, so kann ich mich noch daran erinnern. Und besonders traurig fand ich dann den Trauermarsch und die Beerdigung einmal mit dem Song Candle in the Wind, einer der erfolgreichsten Singles weltweit. Ich glaube, es war weltweit die erfolgreichste Single, müsst ihr mal googeln. Meines Erachtens war die in Deutschland die erfolgreichste Single mit und auch weltweit mit die erfolgreichste Single überhaupt, aufgrund der Tragik und aufgrund des schönen, ja, melancholischen Textes. Und der Stimme von Elton John wurde das nochmal, ja, zum Welthit und er hatte diesen Song ja ursprünglich für Marilyn Monroe geschrieben und dann nochmal für Deanna umgeschrieben. Oh ja, der Rest ist Geschichte. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie Prinz Harry und Prinz William bei diesem Trauermarsch so tapfer die Straße lang liefen und auf dem Grab dieser Brief von Prinz Harry und William mit Mami drauf lag. Und tausende, hunderttausende Leute drumherum standen an den Seiten und traurig waren und auch Milliarden von den Fernsehern das Ganze mitverfolgt haben. Also es war wirklich ein Straßenfeger, die Welt stand irgendwie still. Jeder hat, glaube ich, diese Beerdigung sich angesehen und war traurig drüber. Sie war eine Frau, die sich öffentlich, ja, eingesetzt hat, zum Beispiel gegen die Verbreitung von Landminen, auch, ja, gegen oder für die Aidshilfe eingesetzt hat und viele andere sehr tolle Dinge in Gang gesetzt hat mit ihrer Reichweite, mit ihrem Prestige und mit auch ihrem Titel, auch während sie noch Prinzessin war. Dann kam es zur Trennung mit Prinz Charles und ich möchte hier nochmal kurz auch sie vorstellen und vortragen, was Wikipedia zu ihr sagt. Diana, Prinz of Rails, ja, Rails ist ein Land in Großbritannien, für die Leute, die sich jetzt wundern. Fürstin von Rails, geboren als Diana Frances Spencer am 1. Juli 1961, also sie wäre jetzt auch erst Anfang 60, also auch noch nicht alt, in Norfolk, England. Und am 31. August 1997 in Paris, Frankreich verstorben, war als erste Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles von 1981 bis 1996 Kronprinzessin des Vereinigten Königreiches. Aus Dianas Ehe mit Charles stammen die Söhne William und Harry. Im deutschen Volksmund wird Diana bis heute nicht nur als Prinzessin Diana, sondern oft auch als Lady Diana oder Lady Di bezeichnet, obwohl sie seit der Hochzeit den Titel Lady nicht mehr führte. Ja, also ist das auch nochmal ein Fehler, da könnt ihr gerne mal die Bild und alle anderen Zeitungen darauf hinweisen. Trotzdem werde ich wahrscheinlich auch in den Titel Prinzessin Diana und Lady Di und Co. in den Text verwenden, ja, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich mit euch. Kommen wir dann auch zu der offiziellen Variante des Unfalls, bevor wir dann zu den, ja, Verschwörungstheorien oder zu der auch offiziellen Variante kommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Die möchte ich hier nämlich auch mit reinnehmen, weil das geht dann wirklich richtig in den True Crime, sonst wäre das hier so ein bisschen am Thema vorbei, finde ich. Aber ich finde es jetzt spannend, ja. Also, gehen wir durch. Unfalltod 1997. Am 30. August 1997 um 21.35 Uhr werde auch hier einige französische Namen falsch aussprechen, beziehungsweise nicht ganz vorlesen. Ich blende euch das hier einfach zur Vervollständigung ein, dann könnt ihr selber das mitlesen. Und ihr neuer Freund Dodi Alfaillette von Dodis Pariser Wohnung in Richtung Chez Bonnet auf, ein Restaurant in der Nähe des Centre Pompidou. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dodi war von den anwesenden Paparazzi irritiert und befahl seinem Chauffeur, nach zehn Minuten Fahrt zum Pariser Hotel Ritz zurückzufahren. Und ja, das war damals schon so ein Thema, dass er wohl dann nicht mit diesen Paparazzis einverstanden war. Man muss auch sagen, das war ja damals auch das Thema. Er und Diana, das war an der Bild quasi immer auf Seite eins und es war jeden Tag Thema zu der Zeit. Und die Fotos waren dementsprechend sehr beliebt, deswegen haben die Paparazzi dann natürlich auch versucht, immer neue Fotos nachzuliefern. Dort wollte er mit Diana zu Abendessen. Das Paar betrat das Hotel um 21.53 Uhr. François Tendil, der Sicherheitsbeauftragte in dieser Nacht, war wegen der Fotografen. Der hat beunruhigt, dass er Henry Paul, den leitenden Sicherheitschef des Hotels, kontaktiert, obwohl dieser eigentlich dienstfrei hatte. Während Dodis und Dianas Abendessen warteten zwei Leibwächter in der Bar des Hotels, wo sich Henry Paul zu ihnen gesälte. Dieser trank zwei Gläser Ricard, die die Leibwächter nicht als Alkohol erkannten. Am 31. August 1997 um 0.06 Uhr verließen Diana und Dodi die Präsidentensuite des Hotels und gingen zum Personalaufzug des ersten Stock. Und 14 Minuten später fuhren Henry Paul, Diana Dodi und die Leibwächter Trevor Rhys-Jones in einem Mercedes S280 los. Paul sollte Diana und Dodi zu dieser Wohnung in Ra-Azini, ihr könnt es gerne, ich blende es euch ja ein, bringen. Mein Französisch ist noch nicht so gut. Aber gut, Spaß beiseite. Um 0.25 Uhr, Ortzeit verunglückte der Wagen in der Almar-Unterführung nahe der Almar-Brücke in Paris. Der Mercedes-Benz breite, mit hoher Geschwindigkeit, gegen einen Tunnelfaller, der Jenas Partner, Dodi Alfaillette und der Fahrer Henry Paul, starben noch am Unfallort. Ein Foto, von dem eine Zeit lang behauptet wurde, dieses Blitzlicht habe den Fahrer geblendet und so den Unfall mit verursacht, war nachweislich bereits bei der Abfahrt beim Hotel Ritz entstanden. Die dem Mercedes folgenden Paparazzi trafen erst nach dem Unfall im Tunnel ein. Keiner der Insassen war angeschnallt. Alfaillettes Leibwächter Trevor Rhys-Jones überlebte den Unfall mit schweren Gesichtsverletzungen. Diana, die erst zwei Stunden nach dem Unfall operiert wurde, starb wenige Stunden nach dem Unfall an den Folgen schwerer innerer Verletzungen im Krankenhaus. Gegen vier Uhr morgen wurde sie offiziell für Tod erklärt, mehrere Gerichtsverfahren haben das Unglück inzwischen als ein Unfall eingestuft. Also so ist die offizielle Variante. Hier trage ich auch nochmal vor, es stellte sich heraus, dass Henry Paul vor der Fahrt das Antidepressivum Prozac und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholismus zu sich genommen hatte und mit 1,8 Promille mehr als das Dreifache des Gesetzlichen erlaubten Promillewerts aufwies kurz nach Dianas Tod wurde ihr Leichnam durch den Bestatter Jean Moncourt ohne die nach französischen Recht erforderlichen Einwilligungen einbalsamiert, wie sie aus Sicherheitsgründen nicht in einer gewöhnlichen gekühlten Leichenhalle aufgebahrt war und schnell zu verwesen drohte. Auf jeden Fall sind da einige Sachen schiefgelaufen, wie gesagt, da gab es dann auch unfassbar viele Theorien, waren die Paparazzi schuld, wurde das auch gezielt geplant, dieser Abend, die quasi in Unruhe zu bringen, Diana und Dodi Al-Fayyed und dann quasi die quasi zu so einer Situation zu nötigen, dass sie fluchtartig dort weiterfahren wollen, um dann ihre Ruhe zu haben vor den Paparazzis, die dann natürlich anscheinend denen auch gefolgt sind und dann kam es zum Unfall. Und dass an diesen ganzen Gerüchten und Verschwörungstheorien auch immer irgendwie vielleicht was dran sein kann, zumindest in dem Fall ist laut diesen Beitrags hier auch bei Wikipedia, ich blende es hier auch nochmal ein, unter Nachwirkungen durchaus interessant. Und das möchte ich euch hier einfach mit reinbringen und deswegen hat das für mich auch eine True-Crime-Berichterstattung hier verdient im Nachhinein, weil ich das durchaus für möglich halte, dass vielleicht dem britischen Königshaus oder auch generell Diana ein Dorn im Auge war und vielleicht das Ganze dann doch nicht so ganz koscher war. Ihr könnt es aber, wie gesagt, gerne unten auch anders sehen. Die Ursachen des Unfalls sind vor allem auch aufgrund ihrer Popularität bis heute Gegenstand von Spekulationen und Verschwörungstheorien in der Boulevardpresse. Also bis heute ist das immer noch Thema. Ich kann mich auch daran erinnern an Dutzende Artikel direkt nach dem Tod. Es war auch zum Teil echt schrecklich. Muss für die Kinder auch furchtbar gewesen sein. Unter anderem steuerte das ZDF am 20. Februar 2007 seine Version der Geschehnisse bei. Eine bekannte Verschwörungstheorie ist die Aussage des ehemaligen Offiziers Richards Tommelissen, der als Erklärung an Eidesstadt, dem französischen Untersuchungsrichter, Herr W. Stephan, am 30. August 1998 gegeben hatte. Demnach wurde der Fahrer Henry Paul von einer Lichtkanone, beziehungsweise von einer Stroboskop-Lichtblitzkanone geblendet. Und das wurde schon wieder auf diese ursprüngliche Variante, die auch hier kurz Erwähnung gefunden hatte, zurückführen. Dass es dann wirklich dazu kam, dass der geblendet wurde. Und warum verliert man so krass die Kontrolle? Das könnte durchaus sein. Klar hat vielleicht auch der Zustand seinen Alkoholspiegel dazu beigetragen. Aber das könnte durchaus passiert sein. Das ist ein Fragezeichen. Bestätigt wurde der Lichtblitz von Augenzeugen in dem britischen ETV-Dokumentar für Diana The Secrets Behind the Crash. Also auch in Großbritannien natürlich ein Thema, was die Leute vor dem Fernseher auch gebracht hat. Tomlinson wies dabei darauf hin, dass er denselben Attentatsplan von MI6-Offizieren unterzeichnet auf dem damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic gesehen habe, womit für ihn eine Täterschaft des MI6 erwiesen sei. Insbesondere der darin gemachte Vorschlag, den Anstack in einem Tunnel auszuführen, weil dies die Lebensgefahr erhöhe war für Tomlinson das entscheidende Indiz dafür, dass MI6 der Urheber des Attentats gewesen sei. Und bei dieser Hauptversion möchte ich hier in diesem Video auch bleiben, um das jetzt hier nicht aus dem Ruder geraten zu lassen. Wie gesagt, bei solchen Theorien muss man mal aufpassen. Ich finde es trotzdem interessant, dass es Augenzeugen gibt, die auch von diesem Strobopop-Blitzgewitter da berichten und es ja durchaus auch sein kann, dass es dann dort den Fahrer irritiert hat. Allerdings, wenn der Alkohol getrunken hat, kann es natürlich auch möglich sein, dass er einfach so die Kontrolle über das Auto bei schnellerer Fahrt verloren hat oder irgendwie anderweitig irritiert war. Dennoch finde ich das interessant und es würde natürlich dann auch hier in die Sparte dadurch passen. Deswegen mache ich dieses True-Crime-Video hier. Das war auch ein Zuschauerwunsch. Ja, werde ich unten auch nochmal anpinnen. Falls euch das Video jetzt hier doch nicht auf dem Kanal passt, schreibt mir eure Kritik. Aber ich fand es trotzdem wichtig und auch spannend, darüber nochmal ein Video zu machen. Das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Lasst gerne für mehr solche Videos ein Like und auch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao. THANKS